Hey, guten Tag. Wünsche ich Ihnen auch, danke. Ich bin Lou, ich wohne jetzt neben Ihnen. Tatsächlich. Entschuldigen Sie mich. Hey, ihr glaubt nicht, wer da draußen steht. Lou Ferrigno. Lou Ferrigno? Erzählt keinen Quatsch. Ich sage euch, er ist es. Der unglaubliche Hulk. Er ist gerade nebenan eingezogen. Ist ja verrückt. Ich suche nur was, was hier liegen muss. Oh, da ist es ja. Alles klar, schönen Tag noch. Hi. Hi. Oh. Sieht ja ganz ordentlich aus hier drin. Straßenleinigung. Hallo Leute, frohe Weihnachten. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe tolle Sachen hier. Ja, ich suche nach einem Geschenk für meine Frau. Könnte ich die zwei Kameras da mal sehen? Die sind beide exzellent. Ich habe sie selbst zu Hause. Ist die hier mit Zoom? Ja, ist sie. Davon steht hier aber gar nichts. Dann hat sie wohl keinen. Darf ich sie Ihnen einpacken? Eine Sekunde. Hey, Dickon. Was hältst du von dir? Sieht gut aus. Vielleicht kaufe ich Kelly auch eine. Oh, 80 Mäuse? Das kann ich nicht machen. Kelly verliert alles. Die kostet nur 40 Mäuse, das kann ich verantworten. Danke. Daneben sieht meine Kamera gleich viel besser aus. Ich muss mich bedanken. Neben dir sehe ich auch immer viel besser aus. Ich wollte witzig sein, aber du musst gleich im Tiefschlack landen. Hi, Arthur. Douglas, sag mir, ob das hier albern klingt. Sehr geehrter Herr Ferrigno, ich fand Ihre Arbeit in der Unglaubliche Hulk mit einem Wort unglaublich. Wieso schreibst du einen Brief an ihn? Den will ich meinem Drehbuch beilegen. Ich glaube, Lou Ferrigno ist genau der Richtige, der dafür sorgen kann, dass es produziert wird. Oh, Arthur, nicht wieder die Drehbuchgeschichte. Gib es ihm bitte nicht. Tu es nicht. Wieso denn nicht? Er ist unser Nachbar. Der glaubt, wir wären Freaks. Oh, dann hat mich Mr. Gary Sinise wohl auch als Freak betrachtet, als ich es ihm gegeben habe. Du hast es ihm in der U-Bahn aufgedrängt. Und ja. Hör mal, wenn erst bekannt geworden ist, dass Lou Ferrigno hier wohnt, liegen schnell 50 Drehbücher auf seiner Türschwelle. Ich werde dafür sorgen, dass ganz oben auf dem Stapel Überleg dir die Sache mit Sandy liegt. Schon der Titel macht keinen Sinn. Ich habe es gelesen, eine Sandy gibt es da drin gar nicht. Du hast offensichtlich keine Ahnung, wie unsere Branche funktioniert. Hi. Hi, Schatz. Sag mal, wieso empfängst du mich nie an der Tür? Nackt wie andere Ehefrauen. Welche Ehefrauen meinst du? Die aus den Zeitschriften. Ich werde drauf zurückkommen. So, ich bin fast fertig mit meinen Einkäufen. Mir fehlt nur noch was für Kelly. Sie verliert alles. Ein Schirmwirregut. Nein, es soll etwas Hübsches sein. Letztes Jahr hat sie uns Kristallleuchter geschenkt und wir ihr Toilettenpapier. Das aussah wie Geld. Thema Geschenke. Für das, was du von mir bekommst, wirst du vor mir niederknien. Ehrlich? Was ist das? Nein, das verrate ich nicht. Sag schon. Es ist eine Überraschung, aber so viel sage ich dir. Es ist wunder, wunderschön. Los, gib mir einen Tipp. Ähm, okay. Es ist ungefähr so groß. Eine Kamera? Verdammt, wie kannst du davon auf eine Kamera schließen? Ich weiß nicht. Du hast die Hände so vors Gesicht gehalten, als wenn du knipsen wolltest. Du kannst es einfach nicht gut sein lassen. Nein, du wolltest einen Tipp. Konnte ich wissen, was du für eine Handbewegung machen würdest? Und was nun? Soll ich sie dir gleich geben oder willst du bis Weihnachten warten? Naja, wenn du sie mir jetzt gibst, kann ich schon Fotos vor den Weihnachtstagen machen. Ich kann sie zur Weihnachtsparty ins Büro mitnehmen. Naja. Und ich könnte dich fotografieren bei deinem traditionellen Weihnachtsmann steckt im Kamin-Sketch. Der sollte unbedingt mal aufgenommen werden. Warte, ich hol sie. Sieht aus, als wären es doch mehr Passagiere. Ja, drück uns die Daumen. Vielleicht haben wir ja Glück... Du machst den Fernseher an, während ich dir ein Geschenk geben will. Oh, tut mir leid, entschuldige, ja. Tja, also dann frohe Weihnachten, Liebling. Und bitte vergiss nicht, wenn wir bis Weihnachten gewartet hätten, wäre da eine Schleife drum und kein Plastikbeutel. Die ist ganz große Klasse. Magst du sie? Ja, die gefällt mir. Wusste ich's doch, sie hat eine Schlaufe fürs Handgelenk und man kann sie am Gürtel einhaken. Und Batterien hab ich schon reingemacht, aber das ist weniger wichtig. Das ist eine super tolle Kamera, das hast du gut ausgesucht. Danke. Wenn ich's errate, krieg ich mein Geschenk auch? Okay. Einen Schlitten. Kann ich Ihnen wirklich nichts anbieten? Ein paar Vanillewaffeln? Nein, danke. Wir haben auch Eis am Stiel mit Joghurt, falls Ihnen die Waffeln zu schwer sind. Ist schon in Ordnung. Dann wollen wir mal Tacheles reden. Was denken wir? Gefällt es uns? Wissen Sie, Arthur, ich hab Ihr Buch also gelesen und, ähm, um ehrlich zu sein, bin ich, bin ich etwas verwirrt. Ha. Verwirrt. Inwiefern? Zunächst einmal tauchen drei Figuren namens Mike auf. Kann ich Ihnen mal eine Frage stellen, Lou? Haben Sie schon mal jemand anderen getroffen namens Lou? Ja, schon. Das ist das Leben, mein Freund. Und ich schreibe so, wie ich es sehe. So, wie geht es jetzt weiter? Können Sie Steven Spielberg für mich anrufen? Ich denke, das wird nichts. Aha. Oh, 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 alles klar. Ich verstehe Ihr Problem. Hören Sie, Sie passen zwar als Typ nicht auf die Hauptrolle Smitty, doch seien Sie beruhigt. Ich habe eine wirklich sehr hübsche Rolle für Sie vor Augen. Den Kumpan Nummer zwei. Das ist auch so eine Sache. Es gibt kein Kumpan Nummer eins. Oh, hi, Lou. Guten Tag, Carrie. Und, wie gefällt Ihnen unser Wohnviertel? Ich bin hier aufgewachsen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Aha. Ähm, er belästigt Sie doch nicht, oder? Wir sind mitten in einer Geschäftsbesprechung. Entschuldigen Sie mich. Gütiger Gott. Hast du gesehen, was da drin los ist? Allerdings. Ich wollte mir einen Schokoriegel holen und dein Vater hat mich fast erschlagen. Heute war im Büro Geschenketag. Sieh dir das an. Na, das sieht doch verdächtig nach Goldader aus. Was ist denn da drin? Also, da ist Wein, ein Körbchen voll mit Seifen und Hautcremes von einem der Chefs und noch ein paar selbstgebackene Kekse. Selbstgebacken? Geizheit. Oh, das hier habe ich noch gar nicht aufgemacht von unserem frischgebackenen Chef Broussin. Wir haben alle das gleiche Paket gekriegt. Mach schon, mach schon. Was ist das? Ja, 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 keine Ahnung. Es ist noch eine Kamera. Die ist aber klein. Ist das ein Schlüsselanhänger? Keine Ahnung, sie heißt Scamp. Aus welcher Cornflakes-Tüte die wohl stammt? Ja, so sieht sie aus. Hey, die hat eine Panorama-Einstellung. Na, das klingt ja cool. So, hat sie. Da gehört auch diese neue Art Film rein. Ich glaube, der muss so reingesteckt werden. Und, huch, das Ding spult schon. Wow, du kannst sie sogar am Computer anschließen. Aber die ich von dir habe, ist total, ähm, also ehrlich... Total war's. Naja, weißt du, deine hat dieses... Dieses Schlaufen-Ding. Weißt du, was das ist? Eine viel bessere Kamera. Nein, komm schon, was heißt besser? Was ist daran besser? Sie macht Fotos genauso wie die andere. Damit sehen die Leute auch nicht besser aus. Hier steht, die Scam kann dich wie einen Engel leuchten lassen. Sei nicht albern, Lüge. Ich bin verrückt nach deiner Kamera und nehme deine Kamera morgen Abend mit zur Weihnachtsfeier ins Büro. Klar? Klar? Na, schönes Problem. Okay. Schatz, Looms Konzentration lässt nach. Könntest du ihm vielleicht ein Omelett mit zwölf Eiern machen? Also dann. Dann wollen wir uns mal amüsieren mit den Leuten, die ich 51 Stunden pro Woche sehe. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die Scamp. Ich fände sie fantastisch. Sie ist so cool. Aber die war doch viel zu teuer. Eine tolle kleine Kamera für eine tolle kleine Arbeiterin. Okay, dann wollen wir mal. Und jetzt schießen wir ein paar schöne Fotos mit deiner tollen Kamera. Gut, ja. Schön, da haben wir sie schon. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Film. Okay. Danke. So, und rein damit. Ein Kinderspiel. Ja. Au, schönen Gruß von meinem Ex-Fingernagel. Okay, leg deinen Film mal rein. Du musst drehen, damit sie den Film fassen kann. Na siehst du, schon geschehen. Alles klar. Das war doch simpel. Sehr gut. Hi, Carrie. Oh, hi Amy. Ihr kennt euch noch? Ja, klar. Hallo Amy. Gerade habe ich einen Film eingelegt. Ich mache ein Foto von euch beiden, ja? Das ist gut. So. Gut. Und lächeln. Sekunde, wo ist denn hier der Blitz verflixt? Nimm doch deine Scamp. Die ist total einfach zu bedienen. Nein, die habe ich von Doug. Die nehme ich viel lieber. Die ist wirklich toll. Ach, ist schon gut. Wie auch immer. So, gleich. Ich schätze sie. Sie muss erst aufhören. Aufladen. Lädt sie immer noch auf? Ja. Hey. Feiertage. So, sie ist fertig. Achtung. Hey. Leute, können wir mit drauf? Oh, aber sicher. Achtung. Okay. Ich will aber einen Abzug davon. Der Weihnachtsbaum ist auch mit drauf. Ach, das wird wohl nichts fürchtig. Wisst ihr was? Quetscht euch alle mal zusammen. Noch ein bisschen mehr. Wo ist deine Scamp? Die hat doch eine Panorama-Funktion. Ach ja. Jetzt habe ich die hier und die ist auch sehr schön. Aber jetzt. Amy, dein Gesicht ist nur halb drauf. Halt, halt, halt. Halt, wisst ihr was? Ohne mich passen viel mehr Leute drauf. Ich hole mir was zu essen. Okay, wartet bitte ganz kurz. Nur eine Sekunde. So, dann machen wir mal. Panorama-Einstellung. Und jetzt bitte alle sagen Zuckerstange. Oh, Zuckerstange. Danke. Du, du hast die Scamp dabei? Nein. Was ist das denn? Weißt du was? Tu mir bitte einen Gefallen und bring die Kamera zurück, die du von mir hast. Nein, nein, nein. Das war folgendermaßen. Meine Tasche stand da. Ich bin vorbeigegangen und irgendwie in Gedanken... Kerri, du kannst die Kamera nehmen, die dir am besten gefällt. Danke. Also, ich hab keine Ahnung, was das ist. Wie spannend. Dann wollen wir mal sehen. Oh, ein Tidelys Dreierholz. Dankeschön. Gern geschehen. Das ist starkes. Lächel mal und halt das Ding hoch. Ah, diese Kamera ist wirklich ein Vergnügen. Wie schön. Schatz, bist du wirklich im Reinen mit der Kamerasache? Ah ja, ich war neulich ein bisschen zickig, aber... Tja, warum sollst du nicht die bessere behalten? Was mir die Chance gab, dir etwas viel Schöneres zu kaufen. Oh, das ist wahrscheinlich Lou. Ich hab ihn hergebeten. Ihr zwei, bleibt da sitzen, schaut zu und lernt. Lou! Schön, dass Sie kommen konnten. Aber ja. Ich habe ein Präsent für Sie. Ach so. Der Käseleib war schon zu viel. Los doch, öffnen Sie es. Okay. Oh. Ihr Drehbuch. Ah, mein überarbeitetes Drehbuch. Sie werden feststellen, dass Smitty jetzt ein 250 Pfund schwerer Gewichtheber ist. Sie haben geschickt gepokert, Mr. Fariglo. Ach so, ich kann mit dem Drehbuch wirklich nichts anfangen. Tut mir leid, aber ich muss los. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Ihnen auch. Wiedersehen. Das Spiel geht weiter. Komm schon, mich her und pack aus. Ja, 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 ja. Na? Wow. Giraffen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Du stehst auf Giraffen, nicht? So was wird er deinem Boss nicht schenken, ne? Nein, ganz bestimmt nicht. Gefällt sie dir? Ja, sie gefällt mir. Dann zieh sie an. Was für eine wunderbare Kamera. Ich danke dir, mein Schatz. Ich weiß genau, was gut für meine Süße ist. Oh, da ist ja noch eins für mich. Und zwar von Doug und Carrie. Hey. Aha. Es ist noch eine Kamera. Was? Und was für eine hübsche, verpackt im Karton. Deine waren Plastik. Das ist dieselbe Kamera, die Doug Carrie gekauft hat. Sie gefällt ihr wohl nicht. Was? Wie kommst du darauf? Weil wir sie zusammen gekauft haben. Da, siehst du? Der Film ist noch drin. Und sie haben auch ein Bild gemacht. Warte, warte, warte. Du warst mit Doug im Laden. Siehst, wie eine bessere Kamera für Carrie holt und bringst mir die mit? Du verlierst immer alles. Oh, ho, ho. Hallo. Frohe Weihnachten, Schätzchen. Danke. Hi, Stephanie. Dankeschön. Ganz zufällig liegt auch für dich was unter der Tanne. Sag mal, habe ich gerade Arnold Schwarzenegger nebenan? Schneeschaufel ins Blut? Blut Frigno. Ach. Wir haben dich heute Morgen vermisst. Oh ja, tut mir leid. Ich hatte ein Date. Am Weihnachtsmorgen? Ja, mit einem jüdischen Jungen. Heute war sein einziger Feiertag. Egal, ich bin nicht jüdisch. Deswegen mag er mich auch nicht. Und hast du schöne Geschenke bekommen? Ja, das hier habe ich von Doug. Oh mein Gott, sind das etwa Giraffen? Sechs Stück. Das Ding ist wie ein Autounfall. Es ist schwer hinzugucken, aber weggucken kann man auch nicht. Das ist aber noch nicht alles. Oh, eine große. Ich kann nicht glauben, dass er dir das geschenkt hat. Ist er wegen irgendwas wütend auf dich? Ja, er war wirklich sauer auf mich, aber er sagte, es wäre wieder in Ordnung. Oh, wie ulkig. Ich habe das eigentlich nur als Scherz gemeint. Aber vielleicht will er damit wirklich irgendwas ausdrücken. Und wann wollten Deacon und Kelly kommen? Sie müssten jede Sekunde hier sein. Ich muss mich beeilen. Was gibt es zu essen? Eine schöne, fette Gans? Nein, Hühnchen. Wie schade. Ich habe Appetit auf Gans. Und danach auf Karamellkreis. Wieso trägst du nicht deine Giraffenjacke? Ähm, eigentlich wollte ich das hier tragen, weil... Komm, Baby, hier. Zieh die Giraffenjacke an. Die ist doch süß. Sie würde auch toll zu der Hose passen. Schwarz passt zu allem. Schatz, bist du sicher, dass du nicht mehr irgendwie sauer bist wegen der Kamerasache? Bin ich nicht. Ganz sicher nicht? Weil du nämlich gern Dinge in dich reinfrisst. Und dann kommen sie irgendwann wieder raus, auf eine ganz bestimmte, kleine, fiese Art und Weise. Was meinst du damit? Warte eine Sekunde. Du... heißt das, du magst sie nicht? Ähm, also ich... Du findest, dass die Giraffenjacke... fies ist? Das will ich von dir wissen. Du denkst, ich würde absichtlich etwas Blödes kaufen, weil ich sauer wegen der Kamera bin? Und dass die Wolljacke so hässlich ist, dass ich sie nie ernsthaft hätte kaufen können? Wow! Oh mein Gott. Meine hübsche Giraffenjacke ist ein Scherz. Sehr nett. Na gut, komm schon. Bitte guck in meinen Schrank. Da kannst du sehen, weshalb Giraffen für mich etwas seltsam sind. Du hast gesagt, es wären deine Lieblingstiere. Ja, im Zoo. Das heißt aber nicht, dass ich eine sein will. Na gut, tut mir leid, dass ich dir eine tolle Kamera und eine tolle Jacke schenken wollte. Ich hab's wieder mal verbockt. Nein, nein, da geht's. Hör mal zu. Das war dumm von mir. Ich nehm es zurück. Und weißt du was? Ich werd die Giraffen jetzt anziehen. Nein, nein, nein. Das darfst du jetzt nicht mehr. Und ich sag dir eins. Geschmack hab ich vielleicht keinen. Aber ich weiß, was Weihnachten bedeutet, was du offenbar vergessen hast. Ich geh runter und begrüß unsere Gäste. Feliz Navidad. Ach, komm schon, Kelly. Damals, als du die Ray-Ban verloren hast, wolltest du, dass wir nur noch Billiges kaufen. Und das passte dir gut in den Kram. Ich hab sie an. Wenn ich sie trage, werd ich bestimmt eine Beziehung zu ihr entwickeln. Je mehr du redest, desto mehr hasse ich dich. Hallo. Hey, frohe Weihnachten. Hey. Hier zum Nachttisch. Oh, ein Rührkuchen mit Mohn. Der kriecht immer zwischen die Zähne. Kommt rein. Dankeschön. Na, Kleiner? Wieso hast du denn Giraffen auf deinem Pullover? Naja, weil sie groß sind und gepunktet und weil sie lustig sind. Hey. Herzlichen Dank. Wofür? Wieso habt ihr Kelly die Kamera geschenkt? Du wusstest, ich hab eine für sie. Was für eine Kamera? Die Kamera, die du im Fotoladen gekauft hast. Wo du wusstest, dass meine Müll ist. Einen Moment mal. Du hast Kelly meine Kamera geschenkt? Sie wissen das? Ja, weil die Kim dabei war, als ich sie für dich gekauft hab. Ich sollte sie irgendwie loswerden. Ich sagte, bring sie zurück. Jetzt ist er wütend auf mich, weil er für Kelly Schrott gekauft hat. Diese Kamera lässt mich einfach nicht los. Langsam krieg ich Verfolgungswaren. Hi. Ist Arthur da? Ja, warten Sie. Hey, Doug. Jemand will Arthur sprechen. Arthur, Besuch. Hey. Sagen Sie, Sie sind doch der... Ja. Nu, welche Überraschung. Wollen Sie etwas Hühnchen? Ich weiß doch, dass Ihr Kraftsportler auf Hühnchen steht. Wie ist Ihr Drehbuch in mein Badezimmer gekommen? Ziemlich clever, ne? Wenn Sie wie ich sind, lesen Sie auch das meiste auf der Toilette. Dann sind Sie also bei mir eingebrochen. Und? Gefällt Ihnen mein Einfallsreichtum? Entschuldige dich, los, komm. Es ist nicht allein meine Schuld. Kelly, ich hab Sie nur einmal benutzt. Wieso hast du es Ihnen gesagt? Konnte ich wissen, dass er es gleich weitersagt? Also, Lou, was sagen Sie? Jetzt hören Sie mal genau zu, Arthur. Ich bin gerade eingezogen. Ich hab noch nicht mal ausgepackt. Kommen Sie, wir lesen jetzt eine Szene. Da wird es gleich lebendiger. Hören Sie bitte damit auf. Leute, es tut mir leid. Wir haben Weihnachten. Da darf man doch nicht streiten. Geben Sie mir schon Ihr Buch, Arthur. Und schöne Feiertage. Frohes Fest miteinander. Wisst ihr was? Lou, für Rigno hat recht. Wir dürfen uns an Weihnachten nicht streiten. Da regen wir uns nur wegen dieser Geschenke auf. Tut mir leid, Baby. Ja, mir auch. Gut, kommt, dann setzt euch jetzt hin. Na los. Komm, Corry. Doug, ich liebe die Jacke. Ehrlich. Und weißt du warum? Weil du sie mir geschenkt hast und ich dich liebe. Wie schön, ich liebe dich auch. Und vielen Dank für den Golfschläger. Das sieht gut aus. Richtig lecker. Guten Appetit. Will einer so schenken? Geh doch auch nicht zu. Guten Appetit. Will ich dann den Schlitten zu meinem Geburtstag? Noch bist du ganz oben, Superman. Aber wir sehen uns auf deinem Weg nach unten wieder. Lachen Vielen Dank.